Musik 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 Hä? Hier rechts ist ein Partyraum, da kannst du Partyhut nehmen Ich weiß nicht, das eine Monster hieß explizit, das lollt einen mit Party ein Ok, wenn wir einen Ballon sehen, müssen wir wegrennen, das kriegen wir hin Musik Ich weiß nicht, ob ich das nehmen will In einem Partyhut Und dann ist auf jede Seite ein Knopf, den man drücken kann Ich weiß nicht, ob das so smart war Let's play, pop them all or die Mit was? Wie soll ich die... Ah! Das ist das Monster Das ist garantiert das Monster, was am Anfang gewarnt wurde Wir werden jetzt alle sterben Wir alle beide Wir übernehmen das schon Wir sterben dann einfach Let's play, pop them all or die, ist keine... Ja Wir müssen das jetzt in alle Ewigkeit Aber irgendwas in den Monster, die wir haben, ne? Okay Vielleicht war ich doch nicht eine tolle Idee Meinst du? Ich weiß ja nicht Sind es die Leichen oder die vorige Warnung, dass alles mit einer Party uns töten kann? Moment, ich kann ja mal das hier nehmen, benutzen Binde den Geschenk Aber das war keine Heilung, okay Can't to play Let's play, find your gift Ich weiß nicht, ob ich das finden will Ja, ich bringe die linke Garte gerammt Zeit läuft ab, Zeit läuft ab, Zeit ist abgelaufen Wir werden jetzt alle sterben Jetzt läuft hier ein Monster durch die Gegend, das wird uns töten Vielleicht trifft es mich nicht, wenn ich nicht im Roten stehe Oh Ich habe sie gefunden Ich habe sie geknickt okay so direkt am anfang gestorben wir werden wohl oder über den ausgang finken müssen mein geschenk ballon ich muss ja nur einer von uns ein geschenk finden vielleicht reicht das ja schon ich bin direkt reingelaufen herbst monster gefunden ja 1 von 1 gefunden da haben wir die tür gefunden wir brauchen zwei geschenke direkt wieder ins monster reingelaufen ja das wird so nix wenn die direkt wieder sterben aber glaube ich mein gut gar nicht aufgehoben bin ja nicht weit gekommen ich seh nix ich hab keine taschen haben ich hab kein nix weil ich meinen fucking koffer nicht mehr finde weißt du den koffer finden solltest du darfst ruhig alles aufheben ich hab den koffer gefunden ja gerade auch nee das ist deiner der ist leer der ist aber leer ich kann den nicht aufheben du müsst immer noch im koffer liegen ich kann das nicht aufheben mal wo bist du dann droppe ich mal die ganzen sachen hier oder bin ich tot ich weiß es gerade gar nicht nee du lebst du dich ja komm ich lebe vielleicht sollten wir erstmal von den monster weg gehen ich höre es doch irgendwo laufen aber die können nicht weg gehen kannst du den koffer aufmachen dann hast du es aufgehoben aber ich kann die Sachen nehmen ja dann nimm und dann lass die fallen dann die wie sie auf so ich hab die taschenlampe ah jetzt kann ich ihn nehmen ok hat sich erledigt jetzt geht's wieso auch immer soll einer verstehen ah ok wir dürfen nicht sterben um die geschenke zu sammeln ja eins von zwei haben wir ja eigentlich haben wir drei aber wir dürfen nicht sterben das ist ungünstig oh nooo nein ich sitze in der enge geh weg ok ok es hat mich aus den augen verloren woher da in der enge kommt zurück der war da hinten irgendwo oh hier ist Sackgasse hier sind überall Sackgassen hier sind überall Sackgassen ich meine hört man ihn ganz gut laufen ich hab ein Geschenk ich hab ein Geschenk jäh 2 von 2 wir haben zwei Geschenke jetzt hör auf damit vielleicht muss jeder von uns ein Geschenk finden nö ich hab ja gefunden oh eins von drei wir brauchen wir brauchen mehr Geschenke wir brauchen noch mehr Geschenke ach es gibt's noch nicht noch eins eins brauchen wir noch ich weiß nicht von wo er kommt 3 von 3 nice das sieht schon ein bisschen lustig aus mit dem Bollon oh dann nächstes Spiel Blaue the Candles so Kerzen auspusten hier sind unsichtbare Wege hier sind unsichtbare Wege okay eigentlich brauche ich nur auf die rote Linie gucken ne und halt auch treffen ja wait hier ist mein Endmanivrier wo wollte ich denn jetzt hin ich hatte auch eben den Weg gesehen bei denen tut's vorbei ne das ist ne Sackgasse ne das ist mein Brustviech da ja wir sind ganz außen rillern oh ich stehe vor der Kerze ich konnte nicht interagieren ich konnte nicht mit der Kerze interagieren ich wollte gerade interagieren und dann hat er mich geknickt oh du sollst nicht schreiben da hinten na komm wo ist du die verdammte Kerze aus da hinten ist eins ne bleibt auf der Seite keine Ahnung ah in die Mitte in die Mitte hier nicht er tötet auch immer dich als erstes aber wir sind glaub ich im falschen Weg ne wir gehen richtig oder ich weiß es nicht doch wir gehen richtig sieht richtig aus mein Koffer nimm den Koffer nimm den Koffer nimm den Koffer die Tür auf ähm man muss ja durchlaufen wo ist jetzt meine Tür da hinten Ein mitrierischer Schatten steht da hinten. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie hängt sich das immer ein bisschen auf, wenn der weiße Raum auftaucht. Von einem in den nächsten, jetzt sehnt er mir her. Wir müssen einen Hauptcomputer finden. Da ist ein Computer mit ein paar bunten Zetteln drumherum. Den müssen wir finden. Der wird gesucht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Na, das Monster ist da. Da ist die Leiche. Ich seh deine Leiche. Ich hör das Viech, ich seh's aber nicht. Interagieren. Interagier jetzt damit, danke. Was hatte ich denn? Ähm. F I W R V V I Endung? Nein! Fuck, das war das falsche. F F I V V V R B T N B Hey! Blau, grün, pink, weiß, rot, braun! F V R und V Ah, okay, ich hab mich vertippt. Blaue Tür hat sich hier öffnet. Oh, die war auch hier irgendwo. Wo war die? War die hier? Ne, das war die Sorgungskasten. Irgendwo ist eine blaue Tür in der Nähe. War die hier hinten? Ich hab die. Ja, aber da ist gerade ein Monster bei mir. Ja, hier ist die blaue Tür. Wasser! Wasser mit Strom! Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen soll. Wo bist du? Äh, ich bin gerade am Becken drüber gegangen. Kann man einfach durchlaufen? Ne. Äh, du musst diesen Motten-Ding nehmen und hast die Stromrichtung. Einfach das Gelee, Exxon weg. Oh, hier ist wieder ein neues Monster. Ja, es gibt einen neuen Monster. Okay, man darf nicht nah herangehen. Und sie laufen in Gruppen. Motionchecker? Kriegen wir hier einen Motionchecker? Bewegungsmelder? Ähm, war ich hier mal direkt tot? Gut. Das nächste Becken ist vollständig radioaktiv, außerdem ist es voll von Seiten am Leben, wie sie unter dem Wasser leben. Loll. Hallo! Oder wie geht's hier? Kann ich jetzt einfach durch? Ich bin gleich tot. Ja, ich bin auch gerade einfach drin. Und ich wurde gegessen. Das ist beruhigend. Sieht man irgendwas? Die sollen ja unter dem Wasser leben. Ja. Ich hab aber besitzen zu sehen. Hier liegt noch ein Leichen im Vettel. Ich hab's gefunden! Oh! Ich hab's gefunden! So gehen wir mal und nutzen, ne? Wait! Hab ich einen Bewegungssensor? Ich hab gar nichts mit meinen Items nicht mitgenommen. Ich hab keinen Bewegungssensor. Ach, du hast den wahrscheinlich. Na warte, ich komm zurück. Ist okay. Ich seh dich. Ich lauf dir hinterher. Ich folge dir. Da hinten ist was. Können wir da hin? Ja, da möchte ich jetzt gerade auch hin. Ah, gut. Ja, dein Zettel. Guck nur auf deinen Bewegungssensor. Ach du! Da ist ein Kreaturenmacher. So. Zeich, Fünfeck, Quadrat, Dreieck. 1 Kreis, 2 Fünfeck. Was? Früher? Hör uns in dem nächsten Code im Hauptgesellten. Es hat mich gefressen, wenn ich einen fucking Zettel gelesen hab. Es gibt's noch nicht. 3 und 4. Es frisst mich einfach, während ich einen Zettel lese. Das ist unhöflich. Ja, ich hab hier notiert. Hey, boah wie ein Schraubtier her. Oh, ich mein Koffer genommen. Ich hab aber beide Koffer genommen. Nee. Wir haben Lagertausch. Willst du irgendwas wiederhaben? Soll ich das zuwerfen? Ich muss nur den Ding nutzen. Den Gänger, dass ich den hinterher laufen kann. Oh, 17 Meter. Aber in welche Richtung? Auch vor uns. Direkt vor uns. Hier auch. Ha, 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 ha. Komm mit. Ja, man kann, äh, also wirklich durchlaufen. Hier muss, hier muss gut sein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaub, hier könnte man einfach durchlaufen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir hier. Oh, da kam einer zu nah. Haben wir hier irgendwas, was wichtig aussieht? Ich glaub nicht. Ich hab nicht so richtiges gesehen. Leiter. Ja. Echt. Ja, war halt grad noch ein Viech. So, jetzt zieh es frei bis zur Leiter. Jep. Haha, ihr könnt uns nix mehr. Oho, Demon. Oh, wir sehen einfach noch. Irgendwas wird angezeigt. Irgendwas voraus. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, es ist weg. Irgendwas voraus wurde angezeigt. Äh, warte mal, warte. Ich muss mal kurz im Chat lesen. Warte mal, warte mal. Äh, wenn du, wie ist die Faceness, du kannst die Settings ein bisschen runterstellen, dass du die Frames und halt die Auflösung runterstellst von deinem Charakter. Aber das, das kann sehr stark am, am Game und an deinen, ja, an deiner Leistung vom PC liegen. Das sieht sehr gefährlich aus. Okay. Achso, ich habe die rote Karte. Ja, das mache ich alle. Der Raum kommt mir irgendwie bekannt vor. Du musst halt entweder von VC-Face oder von deinem Spiel die Settings ein bisschen runterschrauben. Es soll ja hier auch noch andere Viecher geben. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich sehe aber nichts. Also wir haben von vorne anfangen zu suchen. Ja, wir laufen uns wieder gnadenlos. Äh, ehrlich gesagt, ich schon parkiert. Ich habe was gehört. Ja. Ein Hund? Ein Hund? Nein, nicht schon wieder ein Hund. Fertig. Der Hund ist eingesperrt. Die Tür nicht öffnen. Vertrau mir. Nicht öffnen. Da ist der Hund drin. Okay. Tür 1 nicht öffnen. Tür 1 nicht öffnen. Tür 1 nicht öffnen. Wir nehmen Tür Nummer 2. Ja, aber die Befürchtung... Okay, wir können durch die Tür 1. Ich habe die Befürchtung, wir müssen durch die Tür 1 durch. Warte mal, warnt irgendwas mit 1 und 3 und so? Ja, ähm, 3, 5x, 4x und 3x. Fucking Hund. Nein, die werden in der Sackgasse. Ich habe keine Medizin mehr. Medic! Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Hier ist kein Spinn, nix, wo man sich verstecken kann. Warte, hast du nicht vielleicht ein bisschen Wasser einstecken gehabt? Ich bin tot. Ja, ich habe auch kein Wasser. Wofür ist der fucking Schraubzieher? Kann man da mit die Schächte zuspät... Kann man da mit vielleicht die Schächte zumachen, dass der Hund da nicht durchkommt? Weil der kam ja durch... Der kam ja durch die Gitter. Ich weiß noch nicht, wo die Gitter sind. Kann ich ja da gerade schon mit dem Kronleuchter brauchen? Hm. Er hat mich auch getötet, der Hund. Ist ja schön, wenn wir ihn einfach aussperren könnten. Ja, das wird schön. Welchen... Okay. Okay. Information. Ein Wett. Um offene Schachtdeckel zu verschließen. Okay, wenn wir offene Schachtdeckel finden, wo die Hunde ja anscheinend durchkommen. Wenn man vom Teufel spricht, das wird ja der fucking Köter. Hier ist auch nirgendwo ein Spinn oder sowas, wo man sich verstecken kann. Nee. Da muss ja der Hund in den Schacht rein. Ich bin entkommen. Es gibt eine rote Tür, da wo so ein Kerkenständer ist. Ja. Lass mich raten, an der gelben Wand. Gut, völlig weich ja. Okay, ich muss auch noch die Tür finden. Hier war es eine schwere Geburt. Und jetzt kriege ich das hin. Jetzt schaffe ich das. Komm. Das kriegen wir hin. Wir nehmen den Stuff noch mal mit. Die Tür raus. Nach hier hinten. Wir halten uns links. Wir haben sie es geschafft! Oh! Wir haben sie es geschafft, endlich! Es geht! Easy Escape. Wir haben es geschafft. Boah! Ey, das letzte Level war das schlimmste! Yay! Wuhu! Boah! Oh, Puh! Nur wir haben, zwei Jahre haben uns verlaufen. Ja, mit komplettem Anzug da im Krankenhaus gelegen. Haben keine, keine, keine Krankenhaus-Kleidung gekriegt. Das war ein Speedrun! Hat fast 3 Stunden gebraucht! Ich würde sagen, ich habe keinen Nerv mehr für irgendwas. Das war's für heute. Ey, das letzte Level war ja, ich hab Todesfrust, ich bin ja alles im Kreis gelaufen. Ich hab mich total dämlich angestellt. Aber das war auch zu verwinkelt. Ja, es war immer das gleiche. Und dann die Wunde haben einen total abgelenkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.